Wir öffnen um 8, nicht um 7.55 Uhr. Ihr geht rein, zeigt eure Karten und Taschen und kommt genau dann rein, wenn ich euch sage. Das ist ihr Pseudonym. La Cicciolina. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot? Dann mache ich einen Termin beim Sozialamt. Ist das okay? Ja, ist gut. Sie verwöhnen sie zu sehr und deswegen kommen sie zu ihnen zurück. Ihrem Jahresbericht entnehme ich, dass in diesem Jahr nur 4% ihrer Schützlinge die Wiedereingliederung geschafft haben. Wir können nicht Geld ausgeben, wenn die Ergebnisse fehlen. Das Zentrum schließt? Ja, es ist vorbei. Was ist das? Wir reparieren es. Wenn wir herausfinden, was sie gut können, ihre Arbeit, also ihre frühere Arbeit, vielleicht ist das der Weg ihnen zu helfen. Ich war Pflegerin. Ich war mal beschäftigt in einem Immobilienbüro. Einen Tag. 24 Stunden, das ist doch eine ganze Menge. Ich war Escort-Dame und bin dann Domina geworden. Und ich find's toll. Das schreibe ich lieber nicht auf. Guten Tag, ich bin 56 Jahre, komme aus Turquois und bin Lady Di. Nein, bist du Lady Di? Nein. Du musst deinen richtigen Namen sagen. Ich bring vielleicht noch Lampen von mir zu Hause mit. Wenn nur eine es schafft, nur eine einzige. Das wäre doch ein Erfolg. Katrin! Ich repariere Elektrogeräte. Voilà. Hab ich im Gefängnis gelernt. Ich möchte nicht lügen. Mach es trotzdem. Ist dir klar, was du riskierst? Wie sollen sie unabhängig sein, wenn du ihnen alles vorkaust? Hast du sie nicht gesehen? Wie sie jetzt... Na, wie schön sie sind. Audrey sagt nicht, dass sie ein Problem mit Männern hat. Nein, ich hab kein Problem mit Männern. Sehen Sie, Audrey hat gelogen. Und das macht nichts.